hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal ich probiere hier gerade mal meinen shelf hintergrund aus weil das doch vielleicht ein bisschen buchbezogener wäre zum filmen ich muss nur erst mal gucken ob mir das gefällt es ist heute auch viel viel dunkler als sonst also ich habe den rollladen und nur so ein stück offen mache hier schön einen auf dunkelkammer ist kontraproduktiv zum filmen aber hier bei uns im saarland sollen es heute 37 grad werden und ich werde die rollläden heute nicht aufmachen normalerweise mache ich das auch zum filmen aber ich habe heute etwas mit euch vor und genau deshalb muss ich auch mein klimagerät vom fenster stehen lassen ich zeige euch jetzt einfach mal das chaos wie es hier hinten aussieht also hier ist normal mein mein drehplatz und hier steht der gerät der gerät ist ganz ganz wichtig weil ja ohne klimaanlage kannst du hier einfach unterm dach vergessen ich habe die damals gekauft als maler auf die welt kam und maler ein absolutes schwitz baby war der war es immer zu warm und ich habe die zwei stunden abends in den schlaf geschwitzt quasi deshalb habe ich der gerät und ich liebe der gerät und nächstes jahr kommt hier oben auch noch ein fest installiertes gerät hin und da kriegt maler der gerät so das habe ich oft genug gerät gesagt was habe ich heute mit euch vor weshalb ich die klimaanlage brauche ich werde heute mein bücherregal ausräumen und abstauben sauber machen wenn man gerade mal schon dabei ist und werde es neu arrangieren ja ich werde mein bücherregal neu sortieren es gibt nämlich so ein paar dinge die mich stören jetzt muss ich mal kurz nach hinten schieben damit ihr auch mal den background hier seht so also ich habe hier meinen lesesessel da sind die abends und immer ganz entspannt und lese meine bücher aber hinter dem lesesessel sind wunderschöne bücher verschwunden und das stört mich so ein bisschen deshalb werden wir das bisschen umsortieren und werden dort bücher einsortieren die jetzt keinen riesengroßen stellenwert für mich haben so wenn verschiedene größen von büchern dabei sind oder wenn es einfach bücher sind die mir optisch zwar gefallen aber vom inhalt nicht so und ich mich trotzdem noch nicht überwunden habe sie auszusortieren ich könnte ich auch einfach wieder hinsetzen und hier seht ihr ich muss euch echt viel rumschieben einen stapel bücher die noch nicht einsortiert sind und bei meinem aktuellen schema auch nicht passen in mein system und deshalb müssen wir uns heute was überlegen wie wir das ganze anordnen darunter sind auch aktuell hat ich muss mal gucken 1 2 3 4 7 rezensionsexemplare die innerhalb der letzten woche hier angekommen sind irgendwie ja muss ich mal gucken wie ich das mit meinen rezensionsexemplaren mache es gab halt ein paar lieferschwierigkeiten und deshalb kommen jetzt alles so geballt drei davon wären eigentlich schon Mitte Juli gekommen aber kriegen wir alles hin ist gar kein thema wir lesen ja gern ja ich würde sagen wir bappeln jetzt gar nicht lang ich räume jetzt zuerst mal alles aus und dann hören wir uns wieder und dann geht es dann auch gleich wieder um die neuerungen her im riedsitzende und dann geht es dann auch wieder hin und dann geht es dann auch wieder um die neuerungen her in der Regal wird auf jeden Fall sein, dass mein Harry Potter Schuber ausziehen wird. Ich habe nämlich neue Wandregale für neben die Couch und eins davon wird mit meinem ganzen Harry Potter Stuff zugeschmissen, damit das aus dem Regal quasi verbannt ist und damit da halt einfach nochmal mehr Platz für andere Bücher ist. Und Harry Potter ist einfach eine Reihe, die liebe ich abgöttisch und die hat auch einen Sonderplatz verdient, oder? Und hier vor allem wird dann gegebenenfalls auch endlich mal mein drittes Kind einen Platz kriegen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe mir ja irgendwann mal die Hedwig gegönnt. Ich dachte, die ist so groß. Sie ist ein bisschen größer und deshalb stand die die ganze Zeit quasi unter meinem Lesesessel. Aber das soll sich jetzt ändern. Gegebenenfalls wird die nämlich dann auch auf dem Regal dort einziehen. Ich bin jetzt gerade mit Ausmischen etc. fertig geworden und bin am überlegen, wo ich meine Leuchtwand hinmachen soll. Weil die stand ja vorher hier. Das müsst ihr euch vorstellen. Da drunter sitzt mein Lesesessel. Und wenn ich lese, mache ich immer diese Lampe an, damit ich ein bisschen mehr Licht habe. Weil die obere Lichterkette kaputt ist. Ich müsste mir da mal eine neue kaufen. Und diese kleinen LED-Lampen, die machen zum Lesen nicht sonderlich hell. Ja, ich würde jetzt gerne mal probieren, zumindest testweise, sie nach oben zu stellen. In das große Fach, das man auf den Fotos ja sowieso nie sieht. Ob es mich da oben stört, ob mir das Licht fehlt. Das reflektiert voll. Oder ob ich sie dann doch wieder nach unten nehme. Also ich stelle sie jetzt mal hoch. Es kann aber sein, dass sie im nächsten Video schon wieder unten steht. Musik Bis zum nächsten Mal. Der Grund, warum ich gerade so kritisch geguckt habe, ich weiß nicht, wo ich meine Drone auf Glasbücher hingestellt habe. Ich kann es euch nicht sagen, sie sind nicht auf der Couch, nicht auf dem Tisch, nicht auf dem Tisch, nicht in der Küche. Ich weiß gerade nichts, wo ich sie hingestellt habe. Aber Haus verliert nichts. Irgendwo müssen sie sein, ist ja erst eine halbe Stunde her. Das spricht nicht gerade für meine Erinnerungsfähigkeit. Aber egal. Ja, ich habe jetzt die wichtigsten Bücher schon mal eingeräumt. Cassandra Clare, Clockwork-Reihe und Proning der Unterwelt. Die Sarah J. Maas Bücher. Hier kommt natürlich noch Draw of Glass hin. Und da oben kommt noch ein bisschen Deko rein. Und hier eventuell kommen die Hardcover hin und unten die Taschenbücher. Ich muss mal noch gucken, wie ich es mache. Ich werde mich da ein bisschen sortieren. Das ist ja in letzter Zeit einiges eingezogen. Wie gesagt, ich habe euch den Stabel vorhin gezeigt. Da müssen auf jeden Fall jetzt noch die beiden Schätzchen hier rein. Die sind neu. Dann zwei Bücher für das New Eddle Trigger. Dann ist das hier noch eingezogen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und was natürlich sehr platzintensiv ist, der J. Christoph. Da müssen wir nur drüber reden. Außerdem müssen auch noch die Rabenspatzen-Pinguin-Jungs hier einziehen. Beziehungsweise, ich lese ja gerade die Bücher im Buddy Read. Wir sind jetzt seit gestern bei Band 3. Vier durfte noch nicht einziehen, weil er noch zu teuer ist. Ich möchte ihn halt gebraucht kaufen. Und ja, die kriegen auf jeden Fall einen Ehrenplatz, weil es eine ganz, ganz coole Reihe ist. Und ich glaube, die werde ich jetzt auch zuerst mal verräumen. Guten Abend. Es ist mittlerweile 20 Uhr. Ich bin abgeschminkt und umgezogen. Ich bin quasi schon Couch fertig. Ich war heute Mittag nicht mehr am drehen, weil ich meine Kleine abholen musste. Beziehungsweise bin dann direkt mit ihr ins Naturbad hier ein paar Orte weitergefahren. Und mit dem Papa von der Kleinen. Und deshalb habe ich gesagt, drehe ich den Rest heute Abend. Im Sommer kann man das immer sehr gut machen, weil dann die Lichtverhältnisse ja trotzdem noch okayisch sind. Wahrscheinlich ist es jetzt sogar noch heller als heute Mittag, weil ich habe jetzt den Rollladen offen, damit ein bisschen Luft reinkommt. Ja, ich wollte euch aber natürlich mein neues Regal nicht vorenthalten. Wie gesagt, wir machen heute nur die zwei großen Fantasy-Regale. Und hier das New Adult-Regal, das mache ich in einem anderen Video, weil ich da heute gesagt habe, ich lege den Fokus auf diese beiden Regale. Man muss ja seine Zeit immer so ein bisschen einteilen. Ja, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden. Also die Funkos sind so geblieben, wie sie sind. Die gefallen mir da auch recht gut. Aber das zeige ich euch gleich, wenn ich euch das Regal zeige. Wir fangen jetzt einfach mal oben an und erzähle euch, was ich mir wobei gedacht habe. Also ich habe ja eben schon erklärt mit der Box. Ich lasse die jetzt erstmal hier oben und gucke mal, ob es mir da gefällt. Dann habe ich hier so ein bisschen das Jugendbuchregal mit den ganzen Jugendbüchern. Hier ist noch eine Dystopie. Aber gibt es halt nur Band 1 als Print. Deshalb steht das hier, weil es auch farblich ganz gut passt. Für meine Zwänge. Ja, da ist ja noch Platz. Hier kommt ja noch ein nächster Band. Ich glaube nächstes Jahr. Und hier fehlt mir noch ein Band. Aber das können wir auch noch ein bisschen aufrücken. Dann passt die Box natürlich nicht mehr hin. Da muss ich mal gucken, wo ich die hin mache. Aber noch ist es ja nicht so weit. Hier haben wir dann mein Mara-Wulf-Eckchen, sage ich jetzt mal. Ich habe zwar auch noch zwei andere Bücher von mir, aber die passen farblich gar nicht hier dazu. Deshalb stehen die woanders. Hier nebendran ist auch noch ein bisschen Jugendbuch mit Panem und Göttlich. Die Panem-Bücher haben ja vorher auch hier oben gestanden. Dann, umgezogen hier in dieses Fach, ist dann mein Reiche-Siebenhöfe-Regal quasi. Also die fünf Bücher mit diesen schönen Dusk-Jackets. Hier der super coole Trank. Ich finde den ja echt so klasse. Schade, dass sie da nichts mehr macht. Ich hoffe, nach der Elternzeit macht sie weiter. Ja. Mein Lieblings-Ethriel-Print. Natürlich mit meinem Ezriel und Farrah. Dann kommt hier meine Crescent-City-Obsession-Ecke. Ist noch nicht so groß, aber ich versuche mich auch immer zusammenzureißen. Hier dann Throne of Glass. Da fehlen mir auch noch Bänder. Also das wird auch noch ein bisschen aufrücken. Hier die Karte gab es auch mal bei Chest of Phenoms. Die fand ich so cool. Das sollen ja, glaube ich, Bryce, Farrah und Aylen sein. Wenn ich das richtig weiß. Ja, dann kommt hier meine Blood & Ash-Ecke. Die habe ich mir ja selbst gemacht, weil ich sie so schön fand. Ah, die zwei habe ich mir übrigens auch selbst gemacht. Die ist gekauft, aber da habe ich mich geärgert. Und seitdem mache ich sie auch mal selbst, weil, ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennt, hier ist die Schrift sehr, sehr undeutlich und verschmiert. Und ich habe, glaube ich, 60 Euro dafür bezahlt, plus Versand. Und das fand ich ein bisschen heftig für eine Figur, die, ja, verschnuddelt ist. Deshalb habe ich sie jetzt angefangen, selbst zu machen. Ja, Hawk und Poppy hier halt. Die zwei Lesezeichen, die gab es mal in meiner Canis Minor Art Mai Box, glaube ich. Oder April Box, ich weiß nicht mehr genau. Die gab es mal bei der Chest of Phenoms, glaube ich auch. Oder bei, ne, ich glaube, die war in der Chest of Phenoms Box mit drin. Und, ja, und das Print, das finde ich so cool. Das ist eins meiner Lieblingsprints von Poppy und Hawk. Ja, und damit das Regal nicht ganz so leer ist, geht hier meine Cassandra Clare Obsession los. Mehr habe ich aktuell davon nicht. Also das wird auch noch alles aufrücken, weil da gibt es ja noch die dunkle, ne, Queen of Air and Darkness, und dann gibt es noch die dunklen Schriftrollen und, 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 Lady Midnight und Lord of the Shadows habe ich jetzt schon. Dann gibt es auch noch Chain of Iron und Chain of Schlag mich tot. Also das sollte auch noch alles irgendwie hier rein, aber aktuell habe ich die noch nicht und deshalb sieht das so aus, wie es aussieht. Ja, hier geht es weiter mit den Chroniken der Unterwelt. Das hier sind allerdings Cem und Tessa, die eigentlich in diese Reihe gehören. Vielleicht muss ich das mal ein bisschen umswitchen, weil vorher standen die Bücher hier und hier nebendran die Clockwork-Reihe. Ja, hier ist auch nochmal Cem. Ich liebe ja Cem. Das ist mein absoluter Lieblingscharakter. Hier ist übrigens auch passend zum New York-Institut mein New York-Glas. Das ist mein Sparklas für unsere Reise nächstes Jahr. Dann geht es weiter. Hier ein bisschen Disney-Eckchen. Und hier habe ich mal das Babyschuh. Das hier habe ich mal auf der Convention gekauft. Das ist ein Holzbrett, das ich niemals benutzen werde. Ja, hier geht die Obsidian-Reihe los. Also ich habe auch erst drei Stück. Das wird dann auch noch ein bisschen aufrücken. Hier fehlt noch der dritte Isara-Band und der fünfte quasi mit Belial. Crave wird wahrscheinlich ausziehen, weil ich vom zweiten so viel Schlechtes gehört habe und so viele Leute, die mir gesagt haben, das wird dir nicht gefallen. Ich werde Crave lesen, aber dann gegebenenfalls halt aussortieren. Deshalb durfte es jetzt nochmal ins Regal. Das hier ist halt wie gesagt gerade erst gekommen. Das ist ein Rätsel-Exemplar. Das werde ich jetzt die Tage anfangen. Hier voll weihnachtlich meine Weihnachtskugeln. Ja, dann das Reich der Vampire muss natürlich erstmal hier so aufgestellt werden, weil einfach schön. Und ein richtig, richtig cooles Cover. Nevernight habe ich noch nicht gelesen. Das hatte mir die Ibi mal mitbestellt, weil wir bei Avel auf einen versandkostenfreien Betrag kommen wollten und ich die Reihe ja sowieso noch lesen wollte. Und es gab es halt sehr, sehr günstig. Deshalb habe ich gesagt, komm, bestell mit. Aber da ziehen auch noch Band 1 und 2 ein und dann wird das hier wahrscheinlich wieder so bleiben und wir rücken auf und machen das hier weg. Oder, ähm, ja, wir drehen es einfach normal. Aber das hier könnte ich jetzt mal umdrehen. Das ist ja auch die Chest of Phantoms Edition, weil diese Seite so viel cooler aussieht als der Rücken. Meiner Meinung nach. Ja, dann machen wir weiter mit der Elfenkrone-Reihe. Elfenkrone-Reihe, so. Band 1 habe ich schon gelesen. Band 2 und 3 werde ich noch mit der Vanessa lesen. Da müssen wir nur noch einen Termin mal abmachen. Dann einfach so ewig kalt. Da sind ja auch noch zwei Bücher offen, die ich noch nicht habe. Das heißt, dass wir da auf jeden Fall fliegen. Das muss ich mal gucken, wo ich es hinmache. und hier gerade frisch eingezogen die Rabenjungs. Und da gibt es noch einen vierten Band. Deshalb habe ich hier mal eine Lücke gelassen, damit das gleich schon gesaved ist. Hier wollte ich das nicht so machen, weil das mittendrin ist, aber am Rand stört es mich jetzt nicht so sehr. Ja, dann gehen wir mal weiter runter. Hier habe ich auch eine Lücke gelassen, weil Aurora erleuchtet jetzt am 31. August erscheint und ich das auch vom Verlag zugeschickt bekomme. Deshalb hier wieder am Rand die Lücke, weil das werde ich direkt im August lesen. Da freue ich mich auch schon arg drauf. Sorry, wenn es jetzt ein bisschen wackelt. Maren, ich bräuchte dein Gimli. Ich kann mal den Namen nicht mehr nennen. Ich nenne es jetzt einfach Gimli. Ja, Shadowborn, eins meiner liebsten Bücher in diesem Jahr. Das ist auch die passende Karte dazu. Dann haben wir hier Lied der Krälen, Krischer. Da fehlen ja auch noch einige. Das wird dann wahrscheinlich auch noch aufrücken, weil hier ist ja noch Platz. Das habe ich jetzt aktuell nur so eine Lücke gelassen, weil die Ophelia Scalebreeder so klein sind. Ja, hier die beiden, da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Das hier habe ich vom Verlag zugeschickt bekommen. Deshalb muss ich jetzt langsam mal anfangen, Band 1 zu lesen. Ich glaube, das ist aber auch gestern erst released worden, das Buch. Von daher habe ich noch ein paar Tage Zeit. Ja, dann Cards of Love 1 und 2. Muss ich auch ganz dringend lesen. Da freue ich mich schon super drauf, weil es halt auch in Venedig spielt und weil es um Magie geht. Das hier liegt schon gefühlt seit 83 Jahren auf meinem Sub. Ich denke, wenn ich es dieses Jahr nicht lese, dann fliegt es auch einfach runter, weil, ja, ich glaube, ich habe das schon wirklich seit 2018 oder so und habe es immer noch nicht gelesen. Erspendet, es gab es zum Geburtstag, also das ist noch nicht so lange hier. Das hier habe ich gelesen. Das ist mein kleiner Lena Kiefer-Schrein. Ich liebe diese Frau. Sie schreibt einfach so, so schöne Bücher. Ich lese gerade Westwell von ihr und bin wieder hin und weg. So. Hier haben wir die beiden Outlander Bücher, die ich besitze. Das wird natürlich auch eng, wenn ich mir die restlichen mal noch kaufe, weil ihr seht ja, wie dick diese Schinken sind. Oh, ich sehe gerade, eins steht falsch rum. Muss ich nur gucken. Ich glaube, das hier steht falsch rum. Ja. Band 2 stand jetzt mal eine Zeit lang auf dem Kopf. Schön. So. Dann werden wir das auch geklärt. Hier ist mein kleiner J.K. Bloom-Schrein. Ich wollte ja eigentlich Band 2 und Band 1 von Wächter der Rohnen beim Sternensand Verlag Sale jetzt kaufen, aber ich war zu spät dran. Sie waren leider schon ausverkauft. Ja. Hier fehlt mir noch Band 1 und 3. Band 1 habe ich als E-Book gelesen. Band 3 werde ich mir aber auch definitiv bald noch holen, weil ich wissen will, wie die Geschichte ausgeht. Autumn and Leave richtig, richtig schöne Geschichte. Also das war auch das Erste, was ich von Jessie gelesen habe. Ich bin ja da im Blogger-Team und bin eigentlich nur durch Autumn and Leave auf sie aufmerksam geworden. Dann Lady of the Wicked. Da bin ich mir ja auch noch unschlüssig, ob ich das behalte oder nicht, weil Band 2 nicht so toll sein soll, aber optisch schön ist. Das war wieder mein übliches Problem. Ja, die Interredence Games und Mr. Panasus und Wallace Price. Alle vier gelesen, alle vier geliebt. Dann haben wir hier, so, ich muss mal rutschen hier, unsere Brienne-Schweighöfer-Karte. Das versteht man halt nur, wenn man die Serie geguckt hat und Matthias Schweighöfer kennt. Ähm, ja. Ne-Wur-Sky gelesen. Fand ich super cool. Wenn auch etwas kindlich, Wer fällt in Feier wird ja ausziehen. Das habe ich ja im Book-Unhaul schon angeteasert. Ich warte damit aber bis ähm, der zweite Band kommt, damit ich das zeitnah dann eben besser timen kann. Ja, das hier liegt auch schon ewig auf meinem Sub. Müssen wir mal schauen, ob ich das überhaupt noch lese. Das ist der erste Band der Reihe, von daher schauen wir mal. Die haben mir gefallen, das hat mir gefallen, das war so lala. Das war auch schön, das war auch so lala. Also die habe ich alle schon gelesen. Hier unten ist meine Schwert der Wahrheit-Reihe. Also da fehlen mir tatsächlich von den alten auch, ich glaube noch zwei oder drei Bücher, von den neuen fehlen mir noch einige. Da muss ich mal gucken, wenn ich mir die Reihe wirklich komplett noch kaufe, wo ich die dann hinmache. Ob ich das nicht dann splitte. Aber hier unten wäre noch Platz. Ich könnte dann die eine Reihe hier hinstellen, die andere unten. Machen wir gerade mal hier weiter. Soulbird, habe ich eigentlich aussortiert. Aber ja, steht halt jetzt noch da, damit es nicht doof rumliegt. Hier fehlt mir der eine Band dazu, den habe ich mal irgendjemanden ausgegeben und nie wiederbekommen. Das da unten ist eigentlich so mein, ach ja, das ist von allen Größen irgendwas. Das ist auch ein bisschen Self-Publishing, bliblablub. Ich weiß nicht, wie ich es einsortieren soll, Regal. Aber hier steht ja die ganze Zeit der Lesesessel. Von daher sieht man die Bücher sowieso nicht. Und ja, deshalb stehen die ja auch jetzt da unten, weil das wird mich, dieses hoch- und runtergewackelt, das wird mich im Regal wahnsinnig machen. Ja, hier haben wir meine Nichten. Machen wir mal weiter. Ja, hier stehen die anderen beiden Mara-Wulff-Bücher. Da muss ich halt jetzt mal gucken, wie ich das mache. Ob ich die hier stehen lassen oder umziehen möchtende. Ja, ihr wisst, wie ich meine. Ja, hier haben wir noch Beyond Eternity. Hier habe ich ja gerade im vorletzten Video drüber gesprochen. Bad Influence von Stefanie Hasse hat mir ja sehr gut gefallen. Hier gab es ja die Bordkarte, weil der Ravensburger Verlag leider in der ersten Auflage den Namen nicht von der Drogerei zurückbekommen hat. Deshalb gab es diesen Sticker und ja, diese Bordkarte so als kleine Aktion von Ravensburger verbitten. Auch ein richtig, richtig cooles Buch. Ich darf nur nicht so viel sagen. Ich habe nämlich eine Freundin von mir mal böse übers Ende gespoilert und wusste nicht, dass eine andere Freundin ihr das Buch gerade ausgeliehen hat und habe ihr das Ende halt verraten. Aus Versehen. Das war wirklich aus Versehen. Ja, die Farbe macht Kroningen liegen hier auch schon. ewig und drei Tage. Mal gucken, wann ich das, oder ob ich das lesen werde. Das ist auch so ein Buch wie, ähm, sag's mir. So ein Buch wie Crush. Nein, das ist Grave. Wo jeder sagt, das wird dir nicht gefallen, aber es trotzdem noch hier steht. Ja, Faye ist auch schon lang hier. Möchte ich auch bald lesen, weil es auf meiner 22 für 22 Liste steht. Silberschwing hat mir richtig gut gefallen. Da müsste ich mir endlich mal den zweiten Band kaufen. Das hier gab es mal auch von der Freundin, die ich gespoilert habe, zum Geburtstag. habe ich gelesen. Band 2 habe ich mir dann gekauft, weil die beide so einen schönen Buchschnitt in der Erstauflage haben. Ja, habe es aber immer noch nicht gelesen. Die hier habe ich schon bestimmt auch seit 2018 im Regal stehen, habe es immer noch nicht gelesen, obwohl ich super oft höre, wie gut die Reihe ist. Und ich glaube, Band 2 ist total vergriffen. Also der wird total hoch gehandelt. Ja, ungelesen im Regal. Hier unten ist dann so ein bisschen mein Jugendjugendbuch mit Percy Jackson und Mara, der Feuerbringer. Band 2 habe ich mir damals im Drachenwinkel bei Tommy Krabweiss signieren lassen. Dingbad ist übrigens unser Ort auf Dialekt. Und Tommy Krabweiss, der ist auch der Erfinder von Bernd das Brot. Ja, dann hier noch ein Kinderfoto. Hier ist noch mein Sparglas. Da kommt nämlich jedes Mal, wenn ich ein Buch beendet habe, 2 Euro rein. Und, ja, es fehlen noch ein paar. Ich habe nämlich noch ein bisschen was aufzuholen, aber am Ende vom Jahr kann ich immer Schuldbücher schaffen, beziehungsweise zu Beginn des neuen Jahr. Ich stelle euch jetzt einfach mal hier hin, damit ich noch in aller Ruhe Tschüss sagen kann. Ja, das war so grob jetzt das Regal. Es sind einige Bücher rausgeflogen. Die werde ich jetzt so nach und nach verkaufen oder, ja, wenn es Rezensionsexemplare sind, zum Bücherbaum bringen oder halt einfach verschenken oder meine Story stellen, damit nur der Versand bezahlt werden muss. Ich meine, wenn ich sie hier rumliegen habe, bringt es ja auch gerne was. Vielleicht freut sich noch jemand anderes drüber. Ja, beachtet bitte nicht das Chaos im Hintergrund. Ich muss heute Abend noch ein bisschen aufräumen, weil hier noch ganz viel Deko steht. Also wie ihr gesehen habt, es ist noch gar nicht so viel Deko, gerade hier in den unteren Fächern, weil ich die ganzen Kerzen jetzt daran mal weggemacht habe und ich habe mir vor ein paar Tagen noch ein paar Deko-Elemente bestellt, die ich hier ins Regal machen möchte. Die sind aber noch nicht angekommen. Aber wer mir auf Instagram folgt, der wird das auch sehen, wenn ich mein Bücherregal neu dekoriere. Und ja, es sind nur so ein paar Teile, aber die werden dem Regal, glaube ich, richtig Pfeffer geben. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das heute mal etwas andere Video gefallen. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn ich meinen Couch-Hintergrund wechsle und mich vor das Regal setze. Ich finde das einerseits super schön, weil ich ja auch zum größten Teil über Bücher spreche, aber ich finde das immer so ein bisschen unruhig. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde so die Couch, die hat so was Gemütliches, ein schönes Grau und hinten dran der Bärenton. Ja, und Bücher sind halt immer so bunt. Ja, könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet und ich würde sagen, das war's von mir. Lana und ich chillen uns jetzt auf die Couch, die liegt schon und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!